alle das machte Geräusche was macht ihr denn für Geräusche, wenn man gar keine Geräusche und wo liegt hier wird LKW wieder drauf oder so hat die Irgendwo liegen aber hab dann irgendwie doch nix ja die Mission haben aber gut geschafft hier muss ich sagen ich muss mal gucken ich hab neue Items gefunden ob ich sie benutzen kann Items das ist unterm LKW mit dem LKW noch mal eben rein da da will da mal eben rein da haben wir mal lang, ach da lang du hast mal jetzt gar nicht die Mission eigentlich ne das war jetzt einfach nur so ne das war jetzt einfach nur so ne Mini Schießerei es war eine andere Mission durch Zufall es gab halt einfach Punkte hier ist n Dings äh? ach hier riecht so als gäb's hier was essbares oh geil äh, meine rennt total bescheuert, habt ihr das schon mal gesehen? da stellt er sich so gerade hin ich hab Müsli geduldet einmal Mineralwasser wow, hat Mineralwasser bekommen ey, was ist denn mit der Küche kaputt? guck mal, ich steck im Boden der sie was ist denn Ordnerbuchом ehl aber super das coarse der Ron x oh ich hab gerade den Spülpack entdeckt ich ruf da gleich an ich hinreg ahl hier hat ja aber kein Problem für mich aber die Tür denn der hapert 89 ha du kannst Kronholz konnte ich nix machen ich hab dann neue Hose bekommen, weil ich jetzt auch neue Schuhe bekommen kann ich auch Kamikaze selbst mal machen? Ich hänge in der Tür fest, liebe Dauntören die Tür, mein Feind die da einfach woanders hin? ja wie? ich hänge in der Tür fest kann die da nicht mal zu machen weil der Modus Tür funktioniert Onkel, hier ist ein Schrank ne? ich weiß schon, ich hab alles gut wenn das Gefühl der Schrank seht ihr das eigentlich, wo ich hier am Boden hänge? bin unter euch, ne? na ja so halbwegs natürlich hat der Rivano wieder gefunden das einzige Loch, was in den Untergrund geführt hat ja, eigentlich hab ich immer die Bugs, aber ja, wie kann ich jetzt raus? muss ich jetzt aus dem Spiel, oder? ja, du kannst aber während die Feier einscheiden du stehst doch neben ja, ihr könnt mich leider nicht töten, das ist ja das Problem er ist ja, ähm, halb halb ja, ihr seht das ja auf meinem Video dann gut, dann mach ich hier nen Cut, meine lieben Freunde ich seh's doch online dabei und dann logge ich mich nochmal aus und wieder ein und dann hoffe ich, dass ich wieder zu euch komme ohne Bugs ich bin dann gleich wieder da Alter, ich sag euch das, ey einmal ich hab ja grad mein Bild von gemacht, Alter einmal ein nettes Game haben aber nein Karte schließen wie komm ich jetzt? Muss ich dann echt das Spiel beenden? ja will ich jetzt rauskommen, kannst du springen? nein kann ich dich nicht wegsprengen? nein so hier hier oben sind doch ein paar Türen, ne? ja, ich bin ja schon ich komm wieder rein Mann wenn ich sprenge ich hab ne Granat hingeschmissen, dann mach ich weg das funktioniert Alter, geil ah, ich kann jetzt drei Medis, äh, äh, sammeln ne Handschuhe es steht grade im Chat, wenn man festhängt, muss man aus der Gruppe raus und wieder rein so, ich komm wieder rein, ich bin gespannt Ubisoft, ja cool also hat das jeder schon mal miterlebt das ist, ähm ja, Max gibt's auch in der Beta-Version, ne? die Beta auch nicht es ist ja eine Beta ja, und ich hab sie wieder gefunden, jöhöhöhö, Oskar oh, Brandgeschoss hab ich Spiel fortsetzen mach ich einfach mal aus Spaß, mal gucken was passiert ach, dir geht's ja noch hoch? ja hab ich ja grade gesagt, oben sind noch hat er gesagt wie er mir zuhört Gürgel mal Onkel? Ja? Geht's da nach oben? Nein Gut Scheiße und Muni und, und ah, herrlich ein Jagdholster, cool, neues Pistolenholster hab ich jetzt Asse? Jo, hab ich hab ich auch Asse? 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 Asse gefunden Du hast? Asse? Ich geh grad im Ladebittchen, 75% Asse? Ich komm wieder an das selbststellte Sparks rein da rass sie aus, dann werde ich so ein Gremlin Asse? gremlin Gremlin? Jo, wenn ich mich nicht mit Wasser bespritze, dann kommen dann noch zwei davon Grünli Okay, okay, ich bin da auch, okay, ich bin gespannt Ich schwimme durch die Haustür. Bitte lass mich raus. Nein, nein, guck mal, ich bin immer noch da unten. Okay, warte, ich soll dich aus der... Äh, du bist doch draußen. Du warst gerade draußen, doch. Nein, ich bin immer noch. Bei mir auf der Karte, ich seh das ja. Ich bin immer noch unter der Erde. Du sollst aus der Gruppe raus. Du musst aus der Gruppe rausgehen, Revanu. Okay, wie komm ich aus der Gruppe raus? Schmeiß mich raus. Ich hau dich einfach mal raus. Ach, Mensch, ich schwimme ja gerade durch den Fußboden. Ah, das ist so schön. So, jetzt? Achso, jetzt bin ich weg. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wo ich lande. Und du landest. Die wischen bitte. Ja, deswegen, weil du bist ja einfach jetzt wieder da gespawnt, wo du letztes Mal warst. Logisch. Ja, ja, das ist ja. Hätte ja sein können, dass ich wenigstens, dass du so schlau war. Ach, guck mal, der hängt im Boden fest. Dann setzen wir ihn in eine Etage höher. Aber nein. Warte, ich tu dich mal, äh, die Gruppe einladen wieder. Ah, ich bin auf dem Planeten. Ja, ich lebe wieder. Okay, jetzt kann ich wieder zurück. Ich hab dich, hab dich eingeladen wieder. Okay, da steht, ja, was ist denn er runter? Was? Ne, alles gut. Ne, er ist dahin. Ich hab nur zwei Kilometer. Ich hab angenommen. Passiert jetzt was? Ah, jetzt, ne, ich komm, ich werde zu dir geteleportiert. Ich hoffe bitte auf einen Platz, der nicht im Boden festhängt, bitte. Und dann starte ich sofort meine Aufnahme wieder. Version 1.0 Beta. Er ist doch da. Rewano macht immer den Boden sauber. Wie lange geht die Beta jetzt eigentlich noch? Ja, ich bin da. Und ich bin nicht auf dem Ding. Okay, dann starte ich meine Aufnahme wieder. Bodenkriecher, Rewano. Du bist ein Bodenkriecher. Genau, ich bin aus dem Boden rausgekrabbelt. Es hat alles geklappt. Hat mich nix gekostet. Alles ist wunderbar. Jetzt kann ich endlich mal das Game zeigen, ja. Mein Präsent zu wieder. Oh, geh doch mal aus meinem... Ey, jedes Mal rennt er in mein Schussfeld. Ich könnte so kotzen mit dem Typ. Wer denn? Was denn? Du, weil du immer in das scheiß Schlitzfeld rennst. Nein, ich hab keine Schokorie geklaut. Was ist los? Ich hab geschillt. Und ne Granate, die werfe ich jetzt. Rewano, ich töte dich. Ich bin so imbar, ne? Ich bin so brutal. Oh, ich hab keine Munition mehr. Kann mich nicht bewegen. Ich muss ja auch schon wechseln. Nur deine Zweitwaffe wollte. Ich hab nen Soundbug. Bastard, ja, ist ja gut. Alles ruhig. Ich hatte gerade keinen Ton mehr. Wieso? Was ist denn die Frage? Hat er wieder ein... Hat er wieder am besten Supermarkt, vielleicht gibt es was. Am Mikrofon geknabbert, der Junge. Ah, da ist was gelbes, Leute. Und dann habe ich kein Ton mehr, wenn ich am Mikrofon knabber. Geiselschlüssel, cool. Wir haben einen Geiselsupermarkt eingesperrt, die alten Geier im Schrank drin. Zivilisten sind jetzt sicher. Geiselrettung. Ich geh doch mal weg, ich will hier rein, Mann. Hier kannst du die Medikit holen. Medikatze. Ah, da kommt die Geisel wieder. Die sehen immer total entspannt aus, wenn wir die retten, ne? Hier fehlen die Worte. Ja, die geht's ja gut in dem Raum drin, ne? Ja, statt die da Angst haben und denken, dass die jetzt vielleicht nicht durchkommen. Die kommen total entspannt raus. Ah, ja, das sind halt die Vorbildsgeisel, ne? Hi. Okay, warte mal, ich möchte gerne den Zuschauern zeigen, was passiert, wenn ich auf den Feuerlöscher schieße. Komm mal her, bitte. Der fliegt weg. Ja, aber ich möchte das zeigen. Komm mal her. Oh, du willst es echt, du willst es echt, du willst es echt, du willst es echt, du willst ein Feuerlöscher-Aktion zeigen hier. Und zwar, so ist die Feuerlöscher-Aktion. Nicht mal, hier ist auch einer. Du schießt jetzt auf mich. So, der ist in die Wand reingeflutscht, super. So, jetzt komm her. Achso. Ach, was ist denn? Hast du jetzt gesehen, wie der hochgegangen ist, also hast du auf einen anderen Feuerlöscher geschossen. Ist doch egal. Alter, es ist ein Feuerlöscher. Ja, jetzt müssen wir Popangasflaschen finden, das ist das Update. Warum habe ich denn hier... Ich habe alles abgeschlossen hier. Ah, jetzt. Mission complete. So. Dann ist das Medicaid, was du einsammeln könntest. Bei mir wird es auch angezeigt, aber weil ich voll bin, ja, kann ich sie einsammeln. Achso, ich muss die nächste Mission wieder anklicken. Ja. Ja, bitte. Ja. Mission complete. Das sind ja noch übelst viele Einsätze hier, Wahnsinn. Da haben sie auch schon die Bäder vollgekracht, hä? Ja, klar. Ja, die waren gestern noch nicht da, also gestern waren das nicht so viele. Update. 0,2 Virenforschung. Oh, das hört sich gut an. Oh, guck mal, die schimpfen sich. Ey, guck mal, das ist ein Hardcore-Fight, die UFC. Guck dir das mal an. Das ist auch UFC, Alter. UFC, Alter. Hat der gesehen, der hat fast den Mütze vom Kopf gefegt, oder? Das war ein harter Schlag, du, ey. Ja, du te muli, Mati, was? Du die Foti? Du die muli, mal die muli. Alter, Funktion, ey. Die Geisel lieben uns. Oh, ihr habt das schon gemerkt, ey. Oh, Gott, ey. Schrubbte der Mann im Chat. Oh, oh, wer schießt das runter? Oh, der Crazy, der nervöser Finger, ey. Ach so, da sind Feinde? Wo? Ne, sind keine Feinde. Ja, das macht der Crazy, so. Er schießt erst auf die Freunde und dann... Ach, das sind die Feinde, sind nicht so. Guck mal, der braucht uns. Denken Sie immer daran. Der schmeißt die Granaten hier auf die... auf die Freunde hier. Warum ist denn hier... Und da sagt er, er plant hier irgendwas. Ach, das ist die kontaminöre Zone, okay, alles klar. Oh, wie geil. Der hat gerade gesprochen, hier. Der Captain hat gesagt, er plant irgendwas, wo die Granate hochgegangen ist. Ich könnte mehr, er plant irgendwas. Kritische Trefferchance, kritische Treffer... Oh, da, guck mal, die verarzten einen. Und das Feinde? Das sind Feinde. Direkte Granate hin, was denn da los ist? Der jetzt sind doch den Fallbein. Oh, die Gegner haben wir ja aus dem Leben. Mit sich zu Tote. Mit sich zu Tote. Mit sich zu Tote. Neue Maske. Neue Maske. Neue Maske. Neue Maske. Warum liegt da Stroh? Weiß ich nicht. Warum hast du ne Maske auf? Extra für dich. Da, ich hab's nicht. Äh... Aber ich hab's nicht... Den sindlos... Dein sind los... Der einweise kende Sachsen-Paulen-Song nicht, aber ist nicht schlimm, alles gut. Da ich für Sachsen-Paulen zu tun, da kommen noch die netzwerge komischen Typen wie du. Da, das war der erste dritte Power-Vide. Äh, mit der Maske und dem Stroh. Ich konnte nicht mehr. Sie haben jetzt eine... Drehbuch geschrieben von Profi. schicken die auslangen um aber hier ich muss sagen also die atmosphäre belebte welt also wirklich sehr sehr toll man kann ja fast alles umschubsen hier ist eine kiste das hat ja alle vorbeigelaufen das darf doch keine kiste ist nicht vorbeigelaufen alles gut aber hier ist eine kiste das war vorbeigelaufen mit einem grüßig grüßig hat den bürgeln ein sniper rechtlich will die hoa kraft 47 kräftig geile alter wenn ihr an der kiste seit kann ich nicht dran ja wohl muss muss aber warten ich hab jetzt zweimal bei ihm an ein die um 1 klassik die war nämlich jetzt in die kiste falls eine kaputt geht hast du noch einen ersatz hier gibt es eine ak und die ist aber schlechter als meine waffen das ist doch doof ja weil es eine ak ist ah 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 kakaa aber ich nehme die trotzdem rein kicke in der knie, frostschoner und alles ich nehme alle waffen, weil die kannst du immer nur verkaufen ja ich nehme die ich meine ich nehme die als waffe in benutzung aber ich komm gut klar hier mit dem system hier links kanal rechts schutzschild da kann man reingehen ins gebäude mal gucken was hier geht überlebender entdeckt ratgeber wir müssen hier hoch ja geht doch einfach haut doch einfach ab warte warte auf onkel wir hauen ja nicht ab warte mal bis der kleine lahm hier mal so oh der Feuerler hat mich angegriffen er hat mir Schaden gemacht du alte Seehund ey nein verschwommene Sicht ist das du wolltest mich löschen oder das ist nur verschwommene Sicht schon, ja hab ich gesehen ey Onkel, wo bist du? der oben im Haustür was macht der denn wieder? guckte ich stehe hier weiß ey da unge-rennt, verquatscht der um andere Seite hallo jetzt falls ich seh dir aus dem Fenster ich seh euch ja im Haus aber ich suche die Haustür wo es reingeht die Pfeu ja, warm auch ein blindes Huhn findet man Korn, ne, komm Korn findet man blindes Huhn, ne, komm das macht nix unge, ich bin unverwundbar vollendlich vereier guck mal aus Umzugskartons hallo was hat ne geile Wohnung, so viel Bücher, die muss echt oh hier im Fernsehen ah hier ist was öffnen öffne Rucksack Nahrungsmittelkonserve, äh, klingt ja schon was wie bei Dead Island der Fernseher kaputt oh, das macht mir schon den Fernseher kaputt und Kühlschrank kann man öffnen so einsammeln, 300 EP ich glaube man ist alles eher hier mehr so durchsuchen, oder? nach dem was wir suchen das ist die Loot, das wird aber hier muss ein Überlebender versteckt sein das ist doch Lugu warum? kann da nicht irgendwas Überlebender? ach, ladet man ach, hier, da ist es auch du siehst auch viereckige Ausrufezeichen das sind Ausrufezeichen, die als Vierecke getarnt sind das ist ein Unterschied wo denn viereckige Ausrufezeichen getarnt sind? also hoch geht's nicht ach, guck mal, das ist ein echtes Foto guck mal, wie sehen die Leute denn da drauf aus? guck mal, hast du schon gesehen? guck mal, wo zeigt das mal dem Publikum ach, Publikum bei, bei, wegen unserem Konzert hier, da ist das Publikum nämlich auch da, ne? ich guck halt, da ist mein Sniper-Visier das ist hier so ein Quatsch manchmal das ist das mal weg Publikum, Zuschauer, da ist doch dasselbe nein achso, na natürlich ein Zuschauer ist einer, der aktiv zuschaut Publikum ist, der guckt nicht aktiv zu, ne? der guckt alle 10 Sekunden einmal hin, ne? ja, wir sind zu ruhig ich sag da gar nix ich bin hier draußen, ich bin doch nicht, ich mach da gar nix manchita, wo bist du? die Handschuße sind noch besser, ja da hinten oh, äh meiner ist erschöpft sie gewählt mir nicht, sie ist irgendwo Action ich will auch Action keine Ahnung, wo ihr seid ach ja hm, hinter dir am Spiel ich bin bei dir oh, ich geh rutschen, ich geh rutschen, ich will rutschen ja, klar ich kann über Autos, das sind zwei verschiedene Sachen ich kann mich, ah doch, ich kann tatsächlich, guck mal hm heute, 10 Stunden, Rewano am Spielplatz heile Witzka ich bin jetzt auf die Schaukel, ihr habt mich jetzt dazu oh, guck mal, was ist das denn für eine Schaukel, alter? guck mal, was gehen denn hier für Missgestaltereine, guck mal guck mal, guck mal, guck mal die Schaukel an so, was, was setzt man denn da rein, der für ein Mensch äh, Rewano, irgendwie hast du wieder ein Bug guck mal her ich, ich, ich lauf ganz normal was, du stehst, guck mal nein, ich bin ganz normal auf dem Planeten der steht bei mir ne, der läuft bei mir der steht bei dir das ist aber schön, dass er bei dir steht das wollten wir erklären du stehst bei mir der ist ja nur in in dem Ding drin ja, wir gehen jetzt weiter, komm warte mal, ich sehe hier irgendwie ein Zeichen, Mann, Leute Schicken Palace steht hier, da können wir uns einen dicken Schicken holen ich will das sehen bei euch also ich bin, ich renne ja schon weiter, ich bin ja schon weg ja, hier ist was, hier ist, äh, wieder so'n, 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 so'n Sammelgegenstand wo du gehst wo du hier bist wo der zuhöchst wenn ich mit der Butter Butterfly so, wo denn bei mir stehst du ja hallo ich glaube, ja nicht hier, wo ich bin hier, so'n, wo ich bin Okay, so eine Erinnerung hier. Psst. Cool, ich bin hier in so einer Erinnerung drin. Und was mache ich da jetzt? Schauen, Pekka, aktueller Status, irgendwie kein Beruf, professioneller Faulernser. Das ist nur so ein Rückblick, was halt hier passiert ist. Wie hat irgendwas passiert? Mord oder was? Geil sieht das aus. Schauen wir mal, kann man da nichts raussehen? Nichts sehen, würde man das noch schöner. Die verändern ihre Gestalt, wenn wir da durchgehen. Horivali bewegt sich. Ja, ich bin bei euch. Ja, aber kann man denn da nichts machen? Nein, das ist wahrscheinlich so ein Sammelding. Ich denke mal, da wird dann wahrscheinlich, wenn man mehr davon einsammelt, die Geschichte dann irgendwann... Genau. Hier, hier, Cloud-Daten, da. Bitte? Analyse. Wiederholung abgeschlossen. So. Jetzt müsstest du es ja sehen. Jetzt kannst du es nur wieder nochmal aktivieren, das wäre aber Quatsch. Ja, das ist ja auch noch was. Ja. Hier ist es. Hier? Nee, der nächste. So. Explosionsgeschoss. Uns geht es allen gut. Wen geht es gut? Uns geht es immer. Ja. Ein echt geiles Game. Also ich freue mich wirklich, wenn wir da zocken. Ohne Witz.